Es ist nass. Du kannst nur mal einen Zoom machen, also eins, ja? Ja? Keinen Weitwinkel, sondern eins drin haben, okay? Ja. Hast du? Ja. Schön. Hi. Ich fiel gerade extra nicht über. Hi. Hi. Ich finde es gut, dass du geantwortet hast. Es ist jetzt mehrere Tage her. Pass auf, dass du nicht in die Fenster filmst oder darüber. Ja. Das muss ich alles püxeln. Wieso mach ich überhaupt nicht? Ja, anders kann man es nicht filmen, Mann. Ich filme einfach nur den Boden. Ach, vielleicht kann man den richtigen Polz nicht los. Wie willst du treffen, ne? Wie willst du treffen, ne? Wirklich? Ich habe es auch nicht geschafft. Heute haben wir festgestellt, dass ich unglaublich hoch treten kann. Aha. Ja. puttingschlaut. Philosoph wollen Sie auf. Hilfe, schlaut! numal und schlaut'? Ja. Gott bin. F talks. Tata bajo. Und set einer mitverschaffung. vor allem das geile ist heute ist es wärmer als gestern das stimmt es ist so viel angenehmer heute nur im pullover zu sein ich denke er kam ja ist auch gar nicht mal so wenig noch ganz gut für ein video ganz sympathisch ich komme zu dir jetzt nehmen wir die kettensäge ich entferne mich ja aus welchem spiel bin ich und wer bin ich ich bin der Hillbilly der bei dir da jetzt? Mr. Jackson der Hillbilly jetzt gehe ich doch freutliche Unterstützung von meinem Vater Dankeschön danke dann guck mal Öl ist schon nachgefüllt ne? ich glaube hat er gemacht ne? ich hoffe ist aus hast du schon reingesteckt? ja hast du Kindersicherung ausgebracht? äh ich weiß, soll ich sie nicht in den Schnee liegen hä? ja die will nicht warte mal wechseln wir einfach mal den hier mit dem hier vielleicht ist auch einfach die Gesteckdose tot also die Sicherungen waren alle drinne hast Mutter irgendwas gefragt? äh ja aber ich weiß sie ja nicht ja ne hätte ich nicht weil dann hätte ich ihnen das leg dich mal lang ja wie sie in die Kamera guckt Model einfach die Schöne stimmt sie bist ein Model ja so so und dann jetzt testet Maschallah einfach die Hübsche oh ja alle reinschreiben jetzt erschreckt sie sich na komm du kriegst die Tür auf hä hä woran liegt das jetzt? frage ich mich fuck frage ich mich jetzt ich weiß es ich weiß es ich hab mich ansässer irgendwas Herr Vater gesagt hat zu mir Kind du bist dumm aus dir wird niemals was werden stimmt ne warte falsch hallo Paula ich meinte eigentlich was anderes ich sitze hier am Fenster ist hier zu kalt schaut sie lieber von innen nach draußen hast du die Tür zugemacht? sag mal machst du die mal zu damit ich auch da hinkomme die ist zu ja ne ich meine die Tür ach guck mal ach leck mich einfach fantastisch ne so pass auf so dann zeig mal Profi Kindersicherung der Schlaue komm her du ha Junge das Video ist so Headphone User RIP machst du vorher eine Warnung dass es laut wird ähm ich übernehme das Leute was hast du gesagt konnte ich nicht ganz verstehen nochmal ne Alter jetzt gehen wir wirklich weg mit der Kettenseck Leute es wurde sehr laut also macht eure Kopfhörer am besten raus wie unsere Katze einfach zuguckt ich find's zu süß wie sie auch froh ist dass sie da drinnen sitzt im trockenen warmen oh es riecht gut warte mal vor du weiter machst wollen wir nicht erstmal was drunter legen es ist nass und dann klebt die ist doch sowieso schon alles nass diese Dinger die da auf dem Boden liegen ja soll ich hinstellen und festhalten ich weiß was man mal gesagt hat ja aber ich steh doch eh dahinten lass die Beine dran die Åh erzählen bee 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 Ich würde sagen, wir rollen das jetzt noch schnell. Schöne Ein- und Fegen machen wir dann, vielleicht da hinterher oder morgen. So, ein Stapel-Action. Das würde ich am liebsten aufnehmen, wenn es nicht regnet. Wir haben hier etwas gefunden. Eine Nachricht aus alten Tagen. Weißt du, was das bedeutet? Nein, hier auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Es wird komplett neu. Kein Plan, Digga. Weiß nicht. Ich glaube, das müssen wir erstmal einen Schlüssel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. ARD Text im Auftrag von Funk